Hallo liebe Freunde der gepflegten Zockerei und herzlichen Glückwunsch, genau, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geschichten aus einer Iser. Ihr merkt, ich bin total von den Socken hier. Alles brennt über alles Nacht, dieser verrückte, schwarze, komische Knoblauch-Magier und das verwirrt mich alles. Wir haben kaum noch was zu essen und mit Mio Not haben wir uns noch ein bisschen Ausrüstung zusammen glauben können. Man sieht's, ich hab mir ja grad noch so eine Rüstung zusammenschümmern können, so eine schimmliche und ach ja, es ist dramatisch und beim Lord Omega hat's noch nicht mal für eine ganze Rüstung gereicht. Er trägt oben Metall und unten Gold, macht da nix. Goldene Füße. Lord Omega, wir brauchen was zu essen, bevor wir losziehen. Ich hab das hier für euch. Eier? Eier. Roh? Ähm. Ja. Roh, natürlich. Wo soll dann jetzt hier was zu essen herkommen? Es brennt alles. Es ist dunkel. Und, äh, das einzigste, was hier glänzt, ist eure Rüstung. Ja. Frechheit. Das ist, äh, richtig. Ähm. Und, äh, ich, ich hatte, äh, äh, letztes Essen gemacht, äh, wir könnten zurück zur Farben, um dort was zu essen zu finden. Äh. Aber vermutlich brennt's dort. Keine Ahnung. Ich hab eine bessere Idee. Ich schick euch jetzt mal dahin. Und, ähm, wir kümmern uns mal um diesen Verrückten da, um den, äh, Knurrbauch da. Oder wie er auch immer heißt. Äh, Knurrbauch, ja. Das war wohl der Name. Knurrbauch. Haha. Großartig. Knurrbauch. Passt aber. So. Gut, dann, äh, führt voran. Habt ihr Fackeln? Äh, Fackeln ja. Aber hier ist ja alles erleuchtet. Noch? Ja. Das wird reichen, also. Zwölf Fackeln kann ich anbieten. Uh, ein Hühnchen. Öh. Ein, äh, Zombie. Goldene Rüstung vor. Goldene Rüstung vor. Ich habe die Hoffnung, dass ich den Gegner mit, äh, Glanz und Gloria blenden kann. Oh. Gott sei Dank hat man... Hat es gezöscht. Lange nix gehört von ihm. Wahrscheinlich ist er abgelenkt durch irgendwas. Äh, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Da unten... Au. Das Skelett? Nein. Gott. Ah, der hat eine fiese Lache dran, der Typ. Ich, äh... Uah. Was ist denn hier schon wieder los? Uah. Hatte dir nicht was von der Burg gesagt? Ja, noch... Wir müssen weiter. Aber... Das ist ja mehr so kompliziert. Uah. Ihr habt da... Ihr habt da, äh, übrigens, äh, Zombies. Äh, au. Die Kleinen sind die Schlimmsten. Ja, so ist es leider. Äh... Wollen wir uns aufhalten oder gehen wir lieber weiter? Äh, wir müssen es töten. Es läuft uns sowieso hin. Äh. Äh. Entschuldigung. Ja. Ach, ich hab's gewusst. Ähm. Entschuldigung, Freunde. Ich hab mich grad von lauter Stress verschluckt. Ähm. Ähm. Es hat aber gedauert. Mir ist die Kehle in den Magen, ähm, behöpft. Hier an dem... Ja, die Eier sind ja super. Ja. Ja, ja. Äh, Achtung, äh... Creeper sind für euch. Danke. Äh. Na? Herr Battleshark? Ja, er lauft voran. Wir haben Spinnen und Creeper hinter uns. Bleibt nicht stehen. Das wird unser Untergang. Äh, da ist schon wieder überall... Oah, passt auf, der Baum über euch. Oh mein Gott. Uah. Der war doch, äh... Äh, eben noch. Eben noch kein Feuer. Richtig. Schaut. Der ist hier irgendwo oben in der... Creeper. ... und zündet die Bäume über uns an. Uah. Ah, da oben fliegt er. Kommt endlich runter. Willkommen bei Schloss Schreckenstein. Ich geb dir gleich Schreckenstein, Kollege. Ich habe euch ein kleines Entfangskomitee vorbereitet. Äh. Oh. Äh. Dunkle Gestalten. Endermänner. Ihr müsst auf die Füße ziehen und schlagen, äh, Milord, wenn ihr sie angreift. Aber da sind Bogenschützen dazwischen, das wird widerlich. Und ich hab kaum noch Leben. Ich brauch was zu essen. Milord? Ja. Wir brauchen, äh, wir müssen die Kohle. Kohle? Wir brauchen Kohle. Ihr wollt Kohle essen? Nein. Wir brauchen Kohle, um... ... zu brennen. Ja, genau. Das hab ich befürchtet. Und jetzt gehen wir etwas... Wir brauchen etwas zu essen. Wir... Das geht hier nicht. Wir kommen hier ohne Essen nicht weiter. Er fackelt hier den ganzen Planet ab. Lauten hat's Schweine, Milord. Mh. Oh mein Gott. Wenn das die Kaiserin erfährt, was hier los ist. Dann wird sie uns einwandfrei und eins zweifelsohne zu Helden erklären. Mh. Kopflose Helden. Was für eine Kaiserin? Äh, ihr musstet ja den Mund aufmachen, Lord Omega. Sprecht. Von was für einer Kaiserin sprecht ihr? Äh, das ist so eine Nähstube. Da kriegt man Wein und... Die Kaiserin aus Atama. Die wird euch... Die wird euch... Niedermachen. Mich niedermachen. Eine Kaiserin aus... Was macht's mal im Land? Was soll das sein? Aus Atama, natürlich. Atama hab ich noch nie gehört. Irgendein... Irgendein Bauerndorf, nehm ich an. Ah, sowas ähnliches. Hahaha, wie auch immer. Wie Lord, wo seid ihr? Ich bin unbesiegbar und uralt und mächtig und wunderschön. Äh, das mit dem Wunderschön, da reden wir nochmal drüber, ne? Ihr seht vorhin nicht ganz so hübsch aus, muss ich gestehen. Äh, Herr Battleschark. Ja, euer Lordschaft. Ach, da hinten. Ihr könntet euch mal zu mir gesellen. Was, äh... Eine Kuh. Ich glaube, da gibt's Fleisch. Tötet sie! Äh... Nein, kein Fleisch. Gesellt euch, äh, zu mir. Au! Ich brauche euren Schutz. Oh, Krieper, au! Wo wart ihr nur? Seid ihr tot? Natürlich. Im Stich gelassen. Ja, 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 im Stich gelassen. Mal das gleiche. Einbilden. So, warum benutzt ihr das Schwert nicht, das ich euch gegeben hab? Konnte mich nicht wehren. Ja. Krieper hat mich von hinten festgehalten. Ein Skelett schoss mir in die Seite und... Tod war ich. Ja, ja, der gute Gruppengangbang. Ihr... Ihr müsst, äh... Ich empfinde das für sehr schwierig. Äh, Lava. Wir brauchen mehr zu essen, Milord. Ohne Essen kommen wir hier nicht weiter. Ich hab jetzt auch nichts mehr. Keine Rüstung, nichts. Ich, äh... Gar nichts. Ist nur mein, äh... Ich trage noch einen... Ihr versucht eure Rüstung... Was habt ihr denn da? Ihr habt doch... Da ist doch eure Rüstung. Wo? Ich, äh... Weil eure Rüstung ist ohne euch unterwegs. Ja, ähm... Wie geht das? Da steckt kein Zombie drin. Halte dem ein, bitte. Ich hab eure Rüstung eingesammelt. Ich brauche meine Rüstung. Bitte. Es ist nervig gepackt. Jetzt brennt es noch nicht mal mehr bei Tag. Wo seid ihr nur? Na, da, wo ich vorhin auch schon war. Unten. Ach da. Oder? Wo? Unten. Unten. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Hier. Andere Richtung. Hier. Ja. Hier drüber. Ach da. Hilt das Huhn? Womit dann? Mit euren Fäusten. Aber das... Das Huhn schwitzt unterm Arm. Ja. Der komische Knoblauch-Spezi hier schwitzt bestimmt auch unterm Arm. So. Uh. Ihr nehmt erstmal das. Ah. Und dann das. Und das. Und das. Das sieht gut aus. Und das. Und dann wollen wir... Stiefel waren aus Gold. Äh. Ich hab euch das gegeben, was der Zombie übrig gelassen hat. Und hier liegt noch ein Schwert für euch, Milord. Da. So. Also. Wir brauchen eine Strategie. Ja. Wir brauchen noch mehr Essen. Das wäre meine Strategie. Wenn es hier. Wenn es hier zu hell ist. Wenn es hier zu hell ist. Ich glaube, da haben wir einen Vorteil. Ja. Kann sein. Die Monster brennen tagsüber. Aber. Aber. Wir brauchen Kohle. Dürfen wir nicht zu laut sagen. Beim letzten Mal. Nein. Ihr musstet etwas sagen, oder? Ich hab's gar nicht erwähnt. Ihr musstet etwas sagen. Nein. Ich sag euch die ganze Zeit. Sagt nichts. Seid still. Verratet ihm nichts. Nein. Ihr musstet etwas sagen. Aber die Kaiserin haben sie verraten. Sie sag ich schon zu dem. Ja. Nein. Da habt ihr wohl recht. Die ist mir rausgerutscht. Die Kaiserin. Ich will jetzt hier irgendwie irgendwas. Das musst du aufhören. Ich will diesen Apfel. Ich werfe ihn dem an den Kopf. Und dann ist es gut. Wo seid ihr denn? Ja. Hier. An diesem. Ofen. Gut. Gut. Ich habe uns mit Brennmaterial und sonstigen versorgt. So können wir. Noch mehr Essen herstellen. Gut. Das wir zweifelsohne brauchen werden. So. Ah. Das ist immer das gleiche. Ob der Apfel in der riesigen Festung da drin ist? Ja. Mit Sicherheit ist er da drin. Wenn ich einen riesigen Apfel zu verstecken hätte, würde ich das nicht im Offenen tun. Was hat es mit diesem Apfel nur auf sich, frage ich mich. Wie kann ein Apfel so wichtig sein? Fragt euch ruhig, was es damit auf sich hat. Also wenn ich einen Apfel verstecken würde, dann würde ich das in einer riesigen, fiesen Festung machen. Ja. Aber ich bin ja nicht hier der lustige Clubmauch-Spezi. Oh. Hier ist noch mehr von meinen Sachen. Ich glaube. Habt ihr etwas gefunden, Milord? Ja. Die Überreste meiner letzten Zusammenkunft mit dem Creeper-Gesocks. Ah, das ist gut. Ich hab, äh, ein weiteres, äh, Wert für euch. So. Ich, äh, wäre dann soweit. Gut. Juni. Dann, äh, zum Angriff. Nun los. Geht vor. Äh, 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 warum geht ihr nicht vor? Na, ich, äh, bin doch schon vorne. Gold ist viel weicher als Stahl. Goldene Birne anscheinend, die ihr auf den Schultern tragt. Äh, äh, das ist, äh, das glänzt so schön in der Sonne. Ob wir, äh, 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 den Holzblock nehmen wir mit. Seht, seht, die Festung. Äh, ekelhafter Creeper zu linken, Milord. Ihr musstet ihn ja ansprechen. Jetzt kommt er. Kümmert euch. Creeper sind nicht meine Sache. Lass, glaube ich, sehen. Lass den, lass den ruhig herannahnen. Äh, ich werde ihm, äh, komm, wir müssen uns, äh, oh Gott, er bringt, äh, sprengt, äh, naja. Ekelhafter Creeper hinter euch. Alles muss man alleine machen. Nicht ganz. So, ähm. Da vorne ist der, da vorne ist der. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht in Deckung. Wie ist er denn, Feigling? So, und mein kleinen Minion, vernichte diese Idioten. Hahaha. Äh, ich geh recht rum. Gott sei Dank sind seine kleinen Minions dumm wie ein Stück Brot. Wir haben sie abgehängt. Hinter euch ist ebenfalls Geschmeiß, Milocht. Was bei allen, was zur Hölle ist das? Ich sag's dir doch, ich habe sie gefunden. Äh, zweifelsohne habt ihr das. Und wie kommen wir da jetzt rein? Ähm, ihr habt doch so einen, äh, Eimer. Äh, ja. Benutzt die. Oder? Oh mein Gott, der ist hinter uns. Nein. Schnell. Das, ist das hier eine Tür? Das rote? Nein, oder? Äh, vermutlich, vermutlich. Doch, doch. Das, äh. Was macht ihr da? Ich hab den Eimer benutzt. Ähm, äh, hinter uns. Ihr müsst die Tür öffnen. Äh, was macht ihr denn da? Ich habe keine Spitzhacke. So, so, rein, rein. Kommt, kommt, kommt. Oh Gott. Uh. Ihr müsst den Stein wieder platzieren. Uh. Äh. Äh. Hallo? Wo ist, äh, äh, äh. What? Wo ist die Tür? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wie kommen wir hier raus? Das geht nicht kaputt. Äh, nein. Das kann man nur mit einer Diamantspitzhacke bearbeiten. Und da ich es für wichtig erhielt, ein Diamanten das Schwert mit unseren Diamanten herzustellen, sind wir jetzt in einer Situation, an der ich, wie ich gestehen muss, nicht ganz unschuldig bin. Ich kann mich da an eine Situation erinnern. Werter Battlesharc. Aber hier ist eine Kiste und in der gibt es Materialien. Eilen Diamanten. Und nehmt ihr den Diamant. Nehmt ihr das Zeug. Nehmt ihr den Kram. Ehre, wem Ehre geehrt. Ehre, wem Ehre geehrt. Also, ähm, da hinten ist auf, würde ich sagen. Das ist bestimmt... Äh, ja. Wie wär's ja, lass mich... Ja, ich würd sagen, Diamanten vor, ne? Oh mein Gott, das ist ein... Das ist ein... Es ist ein Labyrinth. Nein. Freunde der Sonne. Wir haben hier ein Labyrinth gefunden. Das ist ein... Das Labyrinth des Schwarzwagiers. Oh, da ist Brot drin. Na ja. Apropos Brot. Habt ihr noch zu essen? Jetzt nicht mehr. Na dann, äh... Nehmt das. Danke, danke. So. Nun. Ihr habt eine Spitzhacke. Ja, aber ich höre hier eine ganze Menge... Ja? Schmutz. Ich bin der Meinung, ihr solltet, ähm... Den Schmutz wegräumen. Endlich. Oh mein Gott, das ist ein dunkler, finsterer Gagen. Wo geht's da hin? Ähm... Geht mal, äh, ein Stück, äh... Ich... Tut es nicht. Stellt euch nicht da hin. Was ist das? Tut einfach nichts. Vielleicht ist es eine Falle. Oh mein Gott. Hört auf, es zu bearbeiten. Was ist das? Da ist ein Lava-Strom oben drüber. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist eine Falle. Warum hab ich keine Spitzhacke hier? Ähm... Äh... Ja, das ist auch gut, dass ihr keine habt. Hier ist ein Schweinekäfig. Hier ist Lava. Überall Lava. Ich glaub, das ist eine Falle. Willord. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Willord, komm zurück. Äh, ein Skelett. Was ist deine Falle? Das, äh, die Tür hier links. Welche, welche Falle habt ihr gemeint? Oh, die Falle hat er gemeint. Au, au, au. Uh, au. Ah. Was war das? Uh, ich hab keine Energie mehr. Willord. Ja, da kommt Lava. 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 Oh mein Gott. Wir verworren hier alles. Warum? Ja, das geht so nicht. Töpel. Das kommt von oben, die Lava. Ja, wir müssen sie hier aufhalten. Das geht nicht. So zum Beispiel. Ja. Also. Der Weg hier drüben, der war auch nix. Äh. Boah, du Scheiße. Ja. Dann zurück. Äh, geht schon mal vor. Na los. Okay. Oh, ich hab's geahnt. Oh mein Gott. Na toll. Gleich kommen wir hier nie mehr raus. Ähm. Ja doch, hier geht's noch lang. Das ist der heiligste Weg, der uns noch bleibt. Und der ist voll mit Monster. Ich ahne's schon. Was ist das? Was ist das für eine Kiste? Dreht sich da ein Schwein? Ich hab diverse Sachen gefunden. Milord, ich hab hier etwas für euch. Da dreht sich ein Schwein. Ah, endlich. Etwas Anständiges zum Anziehen hier. Ja, ja, da freut er sich, dass ich die Magische gefunden hab, von der er nix weiß. Äh. Milord? Ja? Wir müssen das hier, äh, was auch immer es ist. Was war das? Äh, keine Ahnung. Aber es war ein Schwein darin eingesperrt. Äh. Überall nur Lava. Oh nein, hinter uns. Achtung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brenne. Oh, ich hab mich gelöscht. Oh, das war close. Hm. Ähm. Ich weiß nicht, ob Schnee... Ja. Ich habe die Befürchtung... Äh, es hat hier eine ganze Menge fallen. Ich habe die Befürchtung, wir kommen hier nie wieder raus. Es muss einen Weg nach draußen geben, Milord. Es gibt bestimmt einen Weg nach draußen. Äh, was war hier? Lava. Oh ja. Ähm. Ja. Ja, dann werden wir elendig verhungern. Ihr habt uns das eingebrockt. Battleshark. Huh. Nein. Komm. Hahaha. Ich, 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 schnell. Da oben ist er. Ich komm nicht dran. Kommt her. Nein. Zombies. Ja, beinahe hätte ich ihn erwischt. Zombies, Zombies, Zombies. Oh mein Gott. Hilfe. Kommt da raus. Hier ist eine Tür. Wir müssen hier durch. Ich kämpfe. Ihr baut diese Tür da auf. Los. Äh. Schnell. Das ist der einzigste Weg. Irgendwie... macht das alles keinen Sinn. Das ist doch... Was ist das? Warum, warum, warum tut dieser komische Schwarzmagier am laufende Band Schweine Spawner setzen? Ich versteh's net, liebe Freunde. Ich schraff's net. Der Typ ist irre. Vollkommen irre. Äh. 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 Äh, Milord, geht nicht so weit. Äh. Okay. Nanu. Aber wenigstens brett das nicht. Was macht ihr da? Den Freischwimmer. Was macht ihr da? Ah. Ich verstehe. Äh. Ein Rätsel. Uh. Ah, nein. Oh, das ist ganz schön kompliziert. Ich seh' ja gar nix. Von da sind wir gekommen. Uäh. Ach, du Scheiße. Wir müssen das nach oben bauen. Kommt ihr nach? Natürlich. Nein. Tut's nicht. Kommt nicht nach. Da lüften wir. Äh. Junge. Jetzt. Ihr müsst euch, äh, nach oben. Oh Gott. Oh mein Gott. Verallt euch. Uh. Es hat, äh, gekreucht. Dein ist er. Jede Menge Trouble. Ich kann ihn nicht treffen. Der ist so schnell. Das ist doch... Ist dort ein Apfel drin? Äh. Was? Äh. Milocht? Ja? Äh. Nimm das. Uh. Äh. Er hat sich da hinten in diesen Wasserfall verwasserfalt. Da oben geht's nicht weiter. Oder? Oder doch? Huch. Huch. User in your channel timed out. Na nun? Wie kann das sein? Ah. Irgendwas ist hier jetzt anders. Ich bin so alleine. Denn einen von euch habe ich schon vernichtet. Nun, komischer Omega 5000 bist du an der Reihe. Keine Chance. Ich habe eine goldene Rüstung. Au. Au. Scheiße. immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Hahahaha. 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 Ist ja nicht so, dass ich wieder hier hinten bei unserer Burg spawne. Ich bin jetzt auch ganz alleine. Ich bin jetzt auch ganz alleine. Wäre ich nur in Atama geblieben. In den südlichen Inseln, da war es schön warm. Ja, bleib ruhig fort. Ihr seid meiner nicht würdig. Das Rätsel um die goldenen Apfel werdet ihr niemals lösen. Weder du noch der Anderer, der geflohen ist. Hahahaha. Und eure Kaiserin. Dickt die nur her. Ich werde auch sie vernichten. So, da ist der kleine Battleshark. Wohl, off. Keine Ahnung, wo es ihn hingetrieben hat. Ich glaube, er hat einen kleinen Disconnect. Also, ich würde sagen, dann schauen wir doch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt, der Satu de Matar ist ganz verrückt. Der kleine Junge. Und wir suchen irgendwelche Äpfel. Und deswegen würde ich sagen, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt, Battleshark und ich erobern die Welt. Und tschüss und haut rein. Bis zum nächsten Mal.